Was ist die Verbindung zwischen Sohr- und Windelausschlag? Sohr- oder Candidiasis-Hefeinfektion ist eine häufige Ursache für Windelausschlag. Sohr- und Windelausschlag hängen oft zusammen, weil der Windelbereich warm und feucht sein kann. Dies bietet die ideale Umgebung für das Wachstum von Candida-Hefe, dem Organismus, der für Sohr- oder Candidiasis verantwortlich ist. Haut hat normalerweise die Fähigkeit, Hefeinfektionen abzuwehren, jedoch nicht, wenn ihre Integrität beeinträchtigt ist. Windelausschlag tritt häufig aufgrund chronischer Wärme und Feuchtigkeit im Windelbereich auf, kombiniert mit der irritierenden Natur der Ausscheidungen des Säuglings. Wenn der Windelbereich warm, feucht und gereizt bleibt, leidet die Unversehrtheit der Haut, sie verliert ihre Fähigkeit, Hefe abzuwehren, und es kann zu einem Windelausschlag mit Hefeinfektion kommen. Windeldermatitis tritt nicht immer aufgrund einer Säureinfektion auf. Die meisten Windelausschläge treten auf, weil der Windelbereich chronisch warm und feucht ist. Menschlicher Urin und Kutz sind normalerweise saurer Natur, und diese Säuren können die Hautreizung verschlimmern, die sich als Windeldermatitis manifestiert. Säure- und Windelausschlag treten zusammen auf, wenn die Unversehrtheit der Haut durch chronische Feuchtigkeit und Säuregehalt beeinträchtigt wird. Windelausschlag, unkompliziert durch Bakterien oder Pilzinfektion, tritt typischerweise vor der Säurenzündung auf. Säure- und Windelausschlag beginnt in der Regel mit dem Abbau der Haut im Analbereich. Säure- und Windelausschlag kann auch in den Körperfalten um die Beine beginnen, wo normalerweise kein Kontaktwindelausschlag auftritt. Im Allgemeinen sind Körperfaltenbereiche besser vor Reizstoffen geschützt, aber im Fall von Säure- und Windeldermatitis sind Körperfaltenbereiche wärmer und feuchter und bieten eine bessere Umgebung für Candida-Hefen zum Gedeihen. Candida-Hefe kommt im Körper natürlicherweise als Teil ihrer normalen Flora vor. Unter den richtigen Bedingungen kann es jedoch zu einem Überwachsen der Candida-Hefe kommen, was zu Candidiasis, auch als Säure- oder Hefeinfektion bekannt, führt. Die Candida-Hefe, die an Säure- und Windeldermatitis beteiligt ist, kann aus dem Magendarmtrakt stammen. Die Betreuer setzen ihre Babys möglicherweise auch unwissentlich Candida-Hefe aus. Säure- und Windeldermatitis können auch gleichzeitig mit Mundsäure auftreten, und stillende Babys können die Hautinfektion während des Stillens auf ihre Mütter übertragen. Säure- und Windelausschlag treten bei bis zu 25% der Babys zusammen auf. Viele Babys erkranken an dieser leichten Hautpilzinfektion aufgrund chronischer Wärme und Nässe im Windelbereich. Antibiotika können jedoch auch zu Säure- und Windeldermatitis führen. Das liegt daran, dass Antibiotika möglicherweise zu viele der normalen Florabakterien abtöten, die die Candida-Hefe unter Kontrolle halten. So Windelausschläge klären sich wie bei Kontaktwindelausschlägen in der Regel und treten nicht mehr auf, nachdem das Kind das Tragen von Windeln zugunsten von Stoffunterwäsche eingestellt hat.